BASSTÖDER! 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 Da war ja noch eins! whatever is... A bearing Juan dein Might. Bremen guy filled your mouth! Da diese Racken. Eva! V Mullig! You never had to la landa el- On Y, sua Cock-la С buscar. You never had to силen you... Eli! watch you purposely not toil... Oh, no isn't cool... One minuteMusk! une minute bitch! ni- Ich helfe dir! Ich brauche Waffen. Oder Munition einfach besser gesagt. Was zum Teufel? Du bist so gut wie erledigt, Nigga! Hat er grad Miguel zu mir gesagt? Ich darf keine Zeigen haben. Was zum Teufel? Du bist so gut wie erledigt, Nigga! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Der Dreckskerl soll brennen! Ist da gerade nicht jemand vorbeigelaufen, oder? War das gerade eine optische Täuschung? Der Dreckskerl soll brennen! Ich komme ihm näher! Gott sei Dank! Wo ist der Penner hin? Findet ihn, bevor er sich zurückzieht! Das wird verflucht! Ja, hallo! Mach mich unsichtbar! Gesundheit! Du hast schwere Verletzungen davongetragen! Deine Gesundheit ist niedrig! Geh in Deckung, bis du dich wiederholt hast! Oder benutze eine Adrenalinspritze! In Deckung gehen X drücken! Adrenalinspritze! Blablabla! Guck dir das so, das ist ein, Nei! Wo ist der Penner hin? Such weiter, findet ihn! Wir geben nicht auf bevor wir ihn haben, bruder! also heute sterben viele nicht rest in peace an den bösen menschen was ist denn mit den stüren ist in ordnung wo ist denn der doch langsam zeit fahrer und sprengstoff für vom auto aus sprengladungen um verfolger zu zerstören fallen lassen unten taste drücken werfen unten taste drücken halten dann loslassen da muss ich dich raus alles klar ließ mit barker wir sind zu einer einigung gekommen er wollte sterben und ich habe jahre gesagt so zu sammels wird so dermaßen happy sein diese scheiße mit den haitianern hat ihn schwer untergezogen wenn die weg sind wird sich alles wieder beruhigen dann läuft alles so wie es so ich sag ihm seit monaten verdammt du verkratzt ja den lack hast du heulen wo war ich gerade ich sag ihm seit monaten dass wir sowas machen müssen aber bobs naja ich weiß auch nicht manchmal glaube ich er hat das interesse an dem kram verloren nur weil er nicht gewalttätig wird hat er doch nicht gleich das interesse verloren ja klar ich frage mich wie es weiter geht nachdem du weißt schon und ich erst recht nicht erklär es mir ob durch eine kugel oder die hand gottes jeder muss mal sterben oder ja sicher aber alles will ich bete drum dass pops uns beide überlebt aber wenn nicht will uns jeder scheißer im hollow entweder folgen oder abknallen ich sag ja nur wir sollten darauf vorbereitet sein darüber müssen wir uns im moment noch keine sorgen machen also entspann dich erstmal mit deinen großen plänen okay na gut schon klar ich sag ja Ich hab grün. Hup dich doch selber an. Deswegen sind keine Polizisten in der Nähe. Noch nicht. Verdammt, du verkratzt ja den Lack. Hab zu heulen. Was vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Egal was passiert, ich weiß nicht. Ich hab nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok jetzt wirklich Tschau